Wenn du eine Webseite erstellen willst, die verkauft, dann empfehle ich dir den Elementor Page Builder. Denn damit hast du schier grenzenlose Möglichkeiten. Wir installieren das Plugin und ich zeige dir die wichtigsten Funktionen und vor allen Dingen, ob es sich für dich lohnt, den Pro zu kaufen. Elementor ist meiner Meinung nach momentan der beste Page Builder. Ein Page Builder ist übrigens ein kleines Plugin, mit dem ich Webseiten komplett ohne Code erstellen kann und das auch noch unabhängig vom Theme. Ich kann alles einfach hin und her schieben, so ein bisschen wie in Canva oder in PowerPoint. Es gibt eine kostenlose und eine Bezahlversion vom Elementor. Zu den Unterschieden komme ich später. Die kostenlose Version ist schon richtig gut, um mit deiner Webseite zu starten. Wenn du später richtig Gas geben willst, dann kauf den Elementor Pro und fang an zu zaubern. Um mit der kostenlosen Version von Elementor zu starten, lade dir das Plugin runter unter teamstreber.de-elementor. Die ZIP-Datei speicherst du am besten hier in einem Ordner ab und die installieren wir jetzt. Unter Plugins installieren, Plugin hochladen, hier ist sie schon. Die öffnen wir und jetzt nur noch hier klick installieren. Plugin aktivieren und schon haben wir hier den Elementor. Wenn du auf Pro upgraden willst, kannst du das hier tun und dir einfach deine Lizenz kaufen, 49 Dollar im Jahr hier kaufen. Wir starten im Elementor. Dazu legen wir mal eine neue Seite an. Unter Neu Seite. Die benennen wir auch. Neue Seite. Einmal kurz speichern. Und ab in den Elementor. Hier auf der rechten Seite werden wir gleich das Layout unserer Webseite erstellen. Und hier auf der linken Seite finden wir das Elementor Panel. Da kann man alle Einstellungen machen. Das erkläre ich gleich auch nochmal im Detail. Jetzt fangen wir an mit einer neuen Zeile. Die erstellen wir hier auf Plus. Können uns aussuchen, wie viele Spalten. Ich nehme mal zwei und da ist die auch schon. Hier ist die Zeile, Spalte, Spalte und hier kann man gleich die Widgets, also die kleinen Elemente reinziehen. Ich finde es allerdings viel, viel entspannter, eine Vorlage zu nutzen und die für mich zu ändern. Ich gehe also hier auf den kleinen Ordner. Da finde ich die Vorlagen. Da kann ich mir jetzt ganz in Ruhe eine Vorlage aussuchen. Entweder eine von den Elementor Vorlagen. Das sind unfassbar viele. Wenn man die Pro Version nimmt, noch mehr. Oder eine von meinen eigenen. Da gehe ich einfach später hier hinten auf den grünen Button einfügen. Und dann können wir schon starten. Das hier ist eine Insta-Landing-Page, die ich mal erstellt habe. Auch dazu gibt es ein Tutorial. Hier kann ich genau zeigen. Es gibt Zeilen. Das ist hier das. Da geht der blaue Rahmen einmal komplett um die ganze Zeile. Hier auch. Da geht der blaue Rahmen einmal komplett um die ganze Zeile. Dann gibt es Spalten. Hier Spalte, Spalte, Spalte. Das hier hat drei. Das hier hat nur eine. Und dann gibt es Widgets. Das hier und das hier. Das sind die Widgets, die in den Spalten sind. Ich designe immer vom Groben ins Feine. Von außen nach innen. Also von den Zeilen über die Spalten bis zu den Widgets. Das ist meine Regel. Im Elementor kann man hier auf dem Burger-Menü die globalen Einstellungen vornehmen. Nämlich die Standardfarben, Primär, Sekundär, Text und auch den Akzent. Das passt so für mich. Man kann auch die Standardschriften einstellen, die primäre und sekundäre Überschrift und auch den Fließtext. Einfach hier eingeben. Auf die Art und Weise hat man schon mal einen generellen Stil vorgegeben und die Wiedererkennbarkeit und ein gutes Design für die Seite gewährleistet. Jetzt gucken wir uns noch mal hier genau das Elementor-Panel an. Wenn ich so eine Zeile anklicke, geht sofort, springt mir sofort das Elementor-Panel um und ich kann das hier bearbeiten. Da gibt es ein Layout. Da geht es immer um die wichtigsten Features. Hier geht es auch um Inhalte. Das merke ich vor allen Dingen, wenn ich mal so ein Widget anklicke hier. Da kann ich nämlich sofort anfangen, den Text zu verändern. Style. Hier geht es darum, wie sieht sowas denn später aus? Also hier kann ich einstellen. Wie soll das ausgerichtet sein? Wie soll die Farbigkeit sein? Nochmal zurück auf die Zeile. Das geht hier nämlich genauso. Auch hier im Stil. Wie soll das aussehen? Soll das einen Hintergrund haben? Wenn diese Zeile einen Hintergrund haben soll, dann kann ich das hier eingeben. Auch Rahmen und so eine Geschichten, das kann ich alles hier eingeben. Das zeige ich euch mal an der Spalte. Wenn ich hier zum Beispiel einen Rahmen eingeben möchte, der soll durchgezogen sein und mal drei breit, zack, dann hat das direkt einen Rahmen und ich könnte hier auch einen Eckenradius eingeben, dann werden die Ecken direkt rund. Bei erweitert kann ich die Abstände einstellen. Das ist wohl das, sieht man hier auch gleich, meist genutzte Feature. Aber auch hier lohnt es sich absolut, nochmal die anderen Sachen sich anzuschauen, weil auch die Bewegungseffekte sind gigantisch. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich darauf hinweisen möchte, dass der Elementor der beste Page Builder ist. Aus meiner Erfahrung als Webdesignerin, ich kann damit sowieso grenzenlos designen, was so knallergut ist. Aber wenn ich die Seite später meinen Kunden gebe und die sind keine Webdesigner, die kommen super damit klar, seit ich den Elementor nutze. Ich habe kaum noch Rückfragen. Das ist so toll für alle übrigens, für meine Kunden auch. Es gibt die Möglichkeit, hier mit Rechtsklick zu arbeiten. Ich klicke also hier mit Rechts drauf. Das heißt, ich könnte jetzt diese komplette Zeile duplizieren. Zack, da ist sie nochmal. Ich könnte aber auch einfach sagen, nee, doch nicht. Löschen. So, wunderbar. Ich kann alles verschieben, was ich möchte. Ich nehme das und schiebe das hier hin. Ich nehme das und schiebe es hier hin. Auch kein Problem. Ich kann hier alles einfach anfassen und verschieben. Ich möchte die Spalten anders haben. Okay. Dann ziehe ich mir die so, wie ich sie brauche. Für mich aber das größte Argument für den Elementor ist dieser kleine Knopf. Das ist mein Lieblingsknopf. Hier kann ich mir direkt immer die mobile Ansicht anzeigen lassen. Und ich kann super einfach die mobile Ansicht für meine Benutzer und Webseitenleser optimieren. Als Webdesignerin werde ich immer wieder gefragt, lohnt es sich eigentlich, den Elementor Pro zu kaufen? Und ich kann nur sagen, oh ja, das lohnt sich. Ich zeige euch ein paar von meinen Lieblingsfeatures. Ich fange an mit den globalen Widgets. Die findet man hier auf den Widgets unter global. Hier habe ich schon eine ganze Liste. Dieser Button ist global. Rechtsklick als global speichern, dann erscheint der da. Was bedeutet als global speichern? Ich kann dieses globale Widget zentral bearbeiten und dann ausliefern. Überall auf der Webseite, wo ich diesen Button hinpacke, wird derselbe angezeigt. Und wenn ich den einmal bearbeite und den Preis ändere in für 69 Euro kaufen und das abspeichere, wird das über die ganze Webseite, über alle Unterseiten, überall, wo dieser Button ist, ausgeliefert. Und das ist sensationell geil, weil ich da nicht nur den Preis sehr einfach ändern kann. Ich kann auch die kompletten Links ändern. Bedeutet für mich, ob ich mein Produkt jetzt von Allopage zu Digistore umziehe, das ist mir völlig egal, weil das macht mir fast keine Arbeit mehr. Ich ändere einmal den Link auf diesem Button und das ist über die komplette Webseite erledigt. Der Elementor Pro hat den Theme-Bilder, den liebe ich. Das heißt, ich bin nicht mehr abhängig vom Theme und kann mir Vorlagen erstellen für den Header und Footer. Kein Gefrickel mehr mit den Widgets. Ich kann das mit Drag und Drop im Elementor so erstellen, wie ich möchte. Dann stelle ich ganz genau ein, wo soll das erscheinen. Ein Footer für eine bestimmte Landingpage? Okay. Einen separaten Footer nur für die Blog-Area auf meiner Webseite? Natürlich, das stelle ich so ein. Ich kann die Blog-Seite genauso erstellen, wie jede andere Seite im Elementor und das immer wieder vom Design her so ausliefern. Und wem das noch nicht reicht, der Elementor Pro, der hat außerdem den Pop-Up-Bilder dabei. Mit dem kann man wirklich richtig tolle Pop-Ups designen und die eigene Newsletter-Liste in nullkommagarnix bis zum Rand füllen. Wenn ich mir da jetzt die 49 Dollar im Jahr anschaue, das sind ja 4 Dollar im Monat für diese krassen Features. Und da muss ich einfach dagegen setzen, was ich mehr verkaufen kann, wenn ich meine Besucher noch was zu wissen muss, zeige ich dir in meinen Kanal. Und die 4 Dollar, die hole ich damit in jedem Monat rein. Abonniere einfach und verkasse kein Video mehr. Na dann, bis zum nächsten Tutorial.